Moin ihr scheiß E-Biker! Heute mal eine ganz illustre Runde. Schaut mal um. Ganz schön viele Leute heute. Heute sind wir nämlich bei Dani und Tino auf der Lame Tour. Genau, hat jeder so ein Trikot. Alle Male in schwarz, bei richtig schönem Wetter. Die Sonne brennt uns gleich auf dem Feld. So sind relativ viele dabei und ich habe heute mal wieder mein Retro-Altbike dabei, weil mein Geld falls ja weg. Okay, aber heute gibt es noch etwas ganz Spezielles. Bleibt dran. Gesehen, Alter. Einmal in Glüder gewesen, sofort. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ihr habt mir das erzählt, gar nichts. Ihr fahrt nur ohne mich da hin, ihr Pisser. Ich sage euch die ganze Zeit, Kumpa, mit der Glüder. Nee, zu nass. Nee, hab keine Lust. Habt ihr die gefunden, die Mücke? Ja. Ah, ihr. Was? Dank Jan. Habt ihr euch einen anderen Guide geholt? Ja, die haben wir getroffen da. Hör mal, in Glüder gibt es nur einen Guide. Da hast du recht. Und dann haben Schülli auch. Jan und Sklaonen gesagt, ich kann es wohl gar nicht. So, was ist? Niemals. Niemals. So, heute mal Premiere-Tag. Der Kai und ich, wir kennen uns schon lange eigentlich. Aber haben wir uns nie gesehen, ne? Doch, gesehen haben wir uns auch schon. Aber gefahren sind wir noch nie zusammen. Heute zum ersten Mal. Der kleine Bike-Gruppe hier heute sind ja mal nicht so viele. Es sind nur ein paar. So, jetzt sind wir schon fast oben. Ja, warum sind wir denn heute alle zusammen hier und haben alle bei scheiß heißem Wetter was schwarzes an? Bescheuert. Trauerfeier. Oh, bescheuert sind du, oder? Nee, keine Trauerfeier. Ja, wie ihr wisst, haben ja Danni und Tino sich getraut vor einiger Zeit. Sehr mutig. Dann müssen wir bitte 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 auf die Bühne hier. Ja, ihr zwei. Ihr zwei bekloppt. Ja. Ihr scheiß Uweiter. Ja. Ihr habt euch tatsächlich getraut und habt aber nicht alle mitgenommen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute nochmal eine kleine Runde hier. Verbunden mit so einer kleinen, soften Feuerrunde. Werde ich dann mal, Kraft des mir begebenen Amtes, euch beide noch einmal live bitten, euch nochmal die Ringe umzustecken. Nehmen wir an, der kleine ist wie ich. Da musst du den großen nehmen. So, und da ihr ja schon getraut seid und jetzt noch mal richtig mit dem Biker an euch trauen. Danni und Tino, Lane Girl and Lane Boy. Weiß nicht, Nachname über Danni. Nachname ist der gleiche. Ja, eigentlich ja. Danni, möchtest du heute ihr den hier anwesenden Tino, den scheiß E-Biker, zum Mannen nehmen? Ja, möchte ich. Weil wir uns vom ersten Tag an, bei dem wir uns getroffen haben, nicht mehr getrennt haben, jeden scheiß zusammen erlebt haben, jeden Trail zusammen gemeistert haben. Mal mehr, mal mehr gut, mal weniger gut. Und weil ich einfach möchte, dass wir weiterhin alles zusammen machen. Sehr schön. Dann stecke ich bitte den Ring. Das ist denn da schon ein Ring? Ja, weil wir den alten nicht abgemacht haben. So, lieber Tino, dann frage ich auch dich heute hier. Möchtest du Danni zu deinem angetrauten Weibe nehmen und für immer auf dem Bike hinter ihr herfahren und ihr die Reifen flicken? Dann antworte jetzt laut und deutlich mit Ja. Ja. Ich will. Ja, wie du schon sagst, wir haben seit dem Tag keinen Tag mehr untereinander verbracht. Auch wenn die Tage mal mehr oder weniger ruppig werden. Wie die Trails. Wie die Trails. Und deswegen gebe ich dir das Ja Wort. Dann darfst du die Braut jetzt küchen. Hey! Moment, Moment, Moment. Oh, es kommt jetzt. Was die HMC 12-fach-Kette verbindet, soll der Mensch nichts trennen. Darum immer ein bisschen Luft im Reifen auf allen Wegen und ein bisschen Fett an der Kette. Alles Gute hierbei. Super. Wir möchten euch aber auch noch kurz was sagen und zwar war es uns wichtig, dass wir alle hier einmal nochmal zusammenkommen, weil es nämlich vielleicht in der Art für mich das letzte Mal sein wird, weil wir haben nämlich ein T-Shirt noch nicht verteilt. Nein! Das wird noch ein bisschen dauern, bis klein Dani oder Tino mitfahren können. Axel. Ich bin für Axel. Ich glaube nicht Axel. Jeremy Pascal wäre auch gut. Deswegen wollte ich das einfach nochmal gerne mit euch allen auch verbringen. Herzlichen Glückwunsch. Mein Gott. Weil so langsam traue ich mich nämlich manches nicht mehr zu fangen. Verständlich. Das ist richtig. Willkommen in meiner Welt. Aber ihr seid zwar lame und ein lame boy, aber was das Heiraten und das sonstige Zeug angeht, da seid ihr echt verdammt schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Das Kind kommt auch direkt in den Kindergarten. Ja, das war. Ja, das war. Ouch. Da schreit die Federgabel um Hilfe. So lame boys. Der Marcelo, der hält wieder alles auf hier. Scheiße. Alte Rakete. Da merkst du auch mal so den Unterschied zwischen 26 und 29. Über die Löcher. Da bleibst du überall drin hängen in den Dingern. Ohhhh. Die scheiße E-Biker hier. Die E-Biker. Die E-Biker. Die E-Biker. Die E-Biker. Die E-Biker. Die E-Biker. Was war das denn? Bitte? Keine Ahnung, was da los war. Einmal mal das Vorderrad weg. Da fällt wieder mal ein Rad auseinander. Jawoll! Ich bin jetzt so unzudunkel. Ich hab auch gedacht, das ist so langsam, ich merke das irgendwie. So, ihr Hoden. Komm den Mitschen, den ballern wir jetzt weg. Los gehts. Boah, wir sind scheiß E-Biker hier. Keine Dämpfung. Wuhuu! Boah, ho, ho, wo ist denn? Der war geil, also, ging gar nicht. Weil du die ganze Zeit hoch runter fährst! Yo! Yes! Echt? Scheiße, Biker! Eins, zwei, drei, auch Tino und Dani für die schöne Name-Tour! Prosi! Prosi! Ey, warte, warte, zeig mal hier! Alle holen frei, Leute! Ach so, ich dachte, wir sind schon besoffen. Ja, alle holen frei heute, wir sind trotzdem blau. Ganz nice Tour heute mit der kleinen Überraschung von Tino und Dani. Tino und Dani-Line, oder wie nennen wir es denn jetzt mal? Wir werden demnächst dann noch einen scheiß E-Biker haben. Du bist ja scheiß E-Biker-Bike, das dauert was, oder? Okay. Alles klar, bis dann. Ciao! Das ist ja nur Frankenstein, das ist ja kein Doppel. Ach so, Däbel. So. Kein Däbel. 30. 30. 30. 30. 30. 30.